So, liebe Leute, da bin ich wieder und zwar leider mit einem etwas blöden und traurigen Thema, denn ich finde ums Verrecken nicht die Erweiterung zu James Bond. Ich weiß nicht warum, egal wo ich schaue, er findet nicht mal das Spiel. Wenn ich jetzt hier unter Spielsuchen reingehe und sagen wir mal, alles was ich eingebe, er findet gar nichts. Also wenn ich nur 07 eingebe, findet er nichts, außer dem Scheiß hier, was mir natürlich gar nichts bringt, weil wie gesagt Legends nicht dabei ist. Auch wenn ich Legends eingebe, findet er nichts. Er findet nirgends wo dieses Spiel. Ich habe jetzt auch im Internet nachgeschaut, irgendwelche Anleitungen zum Downloaden, ich finde auch nichts. Dann hat es keißen eigentlich auf der Verpackung, eine Anleitung liegt im Spiel bei. In der Spieleanleitung steht einfach nur, ja der Titel, der Zusatzinhalt wird dann bald verfügbar sein. Wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, also wenn ich es quasi spiele, normalerweise ist es ja dann so wie bei, wenn man jetzt Call of Duty startet oder so, dann hast du ja quasi am Anfang kommt so eine Info, ja, neue Inhalte verfügbar, neue DLCs verfügbar, irgendwie sowas steht doch da dann immer. Aber da ist auch nichts davon, ja, null. Also es ist nur übelst laut am Anfang. Aber vom, von irgendwelchen DLCs oder sonstigen steht da gar nichts, ja. Und da freue ich mich echt, ähm, wie ich das machen kann, ja. Hat irgendeiner von euch eine Idee zu einer zusätzlichen Inhalten? Bitte warten, ja. Ja, und dann war es es. Mehr kommt da nicht. Also, ich weiß nicht, habt ihr da eine Idee? Wo, wo könnt ihr, ich könnte da irgendeine Optionen, da habe ich bloß meine ganzen normalen Einstellungen. Unter Extras habe ich auch schon geschaut. Cheat Codes, ich kann irgendwelche Codes eingeben. Müß ich halt dann mal schauen. Bonus Inhalte. Da sind aber nur hier die ganzen Dinger, die ganzen Typen da. Mit denen kann ich auch nichts anfangen. Also, ich weiß nicht. Habt ihr eine Idee? Wenn ja, bitte schreibt mir, ähm, unten die Kommentare, wie man das macht. Ansonsten, entweder gibt es das Spiel nicht mehr, diesen Download. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, das wäre ein bisschen frech. Ähm, ja. Aber solange ich das nicht, äh, finde, gibt es keine Skyfall-Mission. Leider. Ja, ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann mal da noch hinkomme, dass ich das downloaden kann. Ich weiß wirklich gesagt nicht, woran das liegt. Aber, äh, ja, solange ich es nicht habe, kann ich es nicht aufnehmen. In diesem Sinne bedanke ich mich trotzdem jetzt schon mal fürs Zuschauen beim James Bond Legends. Wir sind durch. Dieses Let's Play ist fertig. Ähm, somit wieder ein Let's Play geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim anderen Video wieder. Euer Hotnes Viertel raus. Danke fürs Zuschauen und bitte, wenn ihr eine Idee habt, rein.